Wir haben uns vorhin gefragt, als wir hier auf den Platz gekommen sind, kennt ihr uns überhaupt noch? Ja, das finde ich geil, als ich heute Nachmittag hier am Bahnhof ankam. Da ist mir nämlich sowas ähnliches passiert. Da kamen gleich zwei junge Mädchen auf mich zuberannt. Können wir mal ein Autogramm haben? Und habe ich mich natürlich total gefreut. Ja, habe ich noch schön zwei Herzen mit drauf gemalt. Und was soll ich sagen, die haben sich auch gefreut. Sie haben sich auch noch bedankt. Sie sehen ja noch viel besser aus als im Fernsehen. Herr Effenberg. Ja, und da habe ich mir gedacht, da muss ich mal gucken heute Abend hier, wer da gekommen ist. Hier sehe ich nur junge Gesichter. Und wir wollen ja heute... Ich liebe dich auch. Aber trotzdem, du kommst mir sehr, sehr jung vor. Und da muss ich einfach mal einen kleinen Test machen, ob ihr die neue Deutsche Belle noch kennt. Ich meine, ihr habt heute Abend den ganzen Abend schon gehabt. Wir machen den Test trotzdem mal. Und es geht ungefähr so. Traa die net um. Der Kommissar geht um. Ja. Ja, 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 jetzt wird wieder hin. Die Ende des Brugs. Die ist einer als Brug und Traa Brug. Dann machen wir es ein bisschen schwieriger, oder? Die Ende des Brugs. Wenn ihr das kennt, dann kennt ihr auch das hier. Das Stück haben wir gerade schon mal gehört, aber das wusste ich nicht, dass der Hubert das auch spielt. Das ist aber so ein geiles Stück, das spielen wir gleich zweimal. Die Ende des Brugs sind aufgehą. Vielen Dank.